Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne, sich von den Sitzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun für die Bundeshymne.